Fast kaum zu erkennen, aber das ist die WDTV Live von Western Digital, ein Media Receiver, der in einem wirklich ganz, ganz kleinen Format und mit 300 Gramm daherkommt. Das Gerät ist gerade mal handflächengroß und lässt sich sowohl in der waagerechten als auch senkrechten Position betreiben. Kommt mit zwei USB-Anschlüssen, einem HDMI-Ausgang, einem optischen Soundausgang, einem Netzwerkanschluss, sowohl einem AV- und Komponentenausgang und lässt sich dadurch an allen Projektoren, Beamern und TV-Geräten betreiben. Der Multimedia Receiver hängt sich ins heimische Netzwerk, stellt dadurch die Verbindung sowohl zu den eigenen Dateien, die freigegeben sind, her, als auch zu Dateien im Internet, beispielsweise zu YouTube oder zu Picasa oder zu Flickr und lässt die Medieninhalte dort konsumieren. Während sich bei Audio und Foto die Formatvielfalt in Grenzen hält, herrscht Wildwuchs bei den Filmen. AVI-Dateien, MKV, WMV 9, alles ist mittlerweile auf dem Markt und das ist der Vorteil der WDTV Live, es spielt alles ab und zwar augenblicklich. Selbst Hochauflösungsmaterial ist augenblicklich verfügbar, auch über das Netzwerk. Die Menüsteuerung ist funktional, nicht schön, aber funktional, genauso wie die ganze Menüstruktur und dessen Bedienung über die Fernbedienung. Wer viele digitale Inhalte auf seinen Festplatten schlummern hat und diese auf dem Fernseher anschauen will, kommt eigentlich nicht um die WDTV Live herum. Ein wirklich empfehlenswertes Paket.